Über seinen Start in St. Pölten hat mein Vater wenig erzählt. Außer, dass man ihm damals die Erziehung seines elf Jahre jüngeren Bruders Ernst, des späteren Regisseurs der Sissi-Filme, anvertraute, weil der nur dort das Gymnasium besuchen konnte. Der kleine Ernst kam wieder einmal mit einem sauschlechten Zeugnis nach Hause. Nach Hause bedeutete meist das St. Pöltener Stadttheater, natürlich nur bei Nachmittagsvorstellungen. Hubert, der große Bruder, sang gerade in der Mille-Koopparete das Auftrittslied vom armen Jonathan und tanzte abgehend in die erste Kulisse. Dort stand der kleine Ernst und hielt ihm knieschlottern das miserable Zeugnis hin. Draußen tobte der Applaus. Hubert warf einen Blick darauf, gab Ernst zwei Watschen und war schon wieder auf der Bühne, um lächelnd das Dacapo zu singen. Später in Brünn war er bald der Schwarm der ganzen Stadt. Hauptsächlich, weil er den schiefsten Zylinder getragen hat. Mein Großvater, Victor Leon, erzählte von seiner ersten Begegnung mit ihm. Nach dem sich allerdings erst nach einigen Vorstellungen einstellenden Bombenerfolg der ersten lustigen Witwe in Wien, wurde die Operette an über 100 Theatern gespielt. Aber die zweite lustige Witweinszenierung kam in Brünn heraus, sodass mein Vater der zweite Danilo der Welt wurde. Der erste im Theater in der Wien am 30. Dezember 1905 war Louis Treumann. Nach der Urführung des fidelen Bauern von Leophal am 27. Juli 1907 in Mannheim, wo mein Vater meine Mutter, die bildhübsche Tochter von Victor Leon, kennen und lieben lernte, musste er nach Beendigung des Sommerengagements an das Theater in Brünn zurückkehren. Und Lizie Leon fuhr mit ihrer Mama traurig nach Venedig. Mein Großvater erreichte von dort aus ein Telegramm. »Papa, komm sofort hierher!« Er war darüber sehr erschrocken und nahm den nächsten Schlaffang. In Venedig erwartete ihn sein über alles geliebtes Töchterl mit den Worten, »Ich heirate nur weit Marischka und fertig!« Und fertig war einer ihrer Lieblingsredensarten, denn mein Großvater legte sogar der Hanna Glavari, der lustige Witwe, mehrmals in den Mund. »So ist's einmal und fertig!« Kurze Zeit später erschien Hubert Marischka im Gehrock und Zylinder mit Blumen in der Hand in der Villa in Hitzing mit den Worten, »Herr Leon, was sagst du mir?« machte er seinen Heiratsantrag. Mein Großvater war begeistert. Nicht so begeistert war er, als sein zukünftiger Schwiegersohn stolz einen Vertrag vom Karl-Theater in Wien präsentierte, um nicht mit leeren Händen dazustehen, wie er mir später erzählte. »Aber ich brauch sie doch im Theater in der Wien,« soll mein Großvater fassungslos gerufen haben. Und weil er von jetzt an seinen Schwiegersohn unter seine Fittiche nahm, musste er seine nächste Leophal-Operette, die geschiedene Frau, im Karl-Theater herausbringen. Das war am 23. Dezember 1908. Es war das Debüt meines Vaters in Wien. Später zeigte er mir einmal seine Kritiken von damals. Dazu muss noch einmal erwähnt werden, dass sein Vorgänger in Wien der berühmte und beliebte Louis Treumann war. Ein Kritiker schrieb zum Beispiel in der Zeitschrift »Die Bombe«, »Hubert Marischka ist der schöne Lizileon, sicher ein treuer Mann, nie aber wird er ein Treumann sein.« »Oder«, Marischka kopiert zwar Treumann nach allen Regeln der Kunst, hat aber nur seine schlechten Eigenschaften und keine seiner guten. Ich wundere mich noch heute, dass er sich damals nicht erschossen hat. Die geschiedene Frau wurde ein solcher Erfolg, dass man nach der 200. Vorstellung neue Kritiken schrieb. Und die waren plötzlich ausgezeichnet. So viel über Theaterkritiker. Mein Vater bemerkte dazu, über gute Kritiken freut man sich, über schlechte freuen sich die anderen. Hubert Marischkas große Karriere begann. Der Journalist Ludwig Ullmann schrieb dann später, »Er wurde kein Treumann. Er wurde, und das war weit mehr, der Marischka, Inbegriff und unwiderstehlicher Held aller Operettenträume.« Bonvivant und Chameur, Herr und Mittelpunkt der letzten glanzvollen Operetten-Ära im Theater an der Wien, der alle Strahlen dieser silbernen Spätbrüte auf seine Person vereinte. Er heiratete nach Glitzis frühen Tod die Tochter seines Direktors, wurde Mitdirektor, dann Karlsacks Nachfolger und sein glänzendster eigener Regisseur. »Alles auf dieser Welt und in dieser Zeit ist unsicher und ungewiss,« konstatierte die Wiener Presse. »Nur eine neue Operette im Theater der Wien ist etwas absolut Gewisses und Sicheres.« »Die blutigste Kritik«, so stellte der Journalist Ludwig Ullmann später fest, »muss dreifach Salutschießen dem Direktor Marischka, dem Regisseur Marischka, dem Tenor Marischka.« Mit Maria Jerica sang mein Vater nicht nur im Wiener Stadttheater und im eigenen Theatern der Wien, sondern gegen Ende der 20er Jahre sogar in der Wiener Staatsoper, den Caramello in »Eine Nacht im Venedig« von Johann Strauß, in der Bearbeitung von Erich Wolfgang Kongold und heimste dabei, neben der großen Ehre, in der Oper aufzutreten, auch noch einen Riesenerfolg ein. Die seinerzeit berühmte Malerin Elisabeth Weber Philipp porträtierte die beiden damals. »Das Porträt meines Vaters haben wir damals nach seinem Tod meinem Freund Marcel Pravi geschenkt, weil er das Pendant von der Jerica schon besaß.« Mein Vater war der erste Tenor, der 1925 in der Operette »Der Orlof« von Bruno Granichstetten bei dem Lied »Da nehme ich mir ein kleines Zigaretterl« richtig geraucht hatte. Ich sehe noch, wie er auf einer Tischkante sitzen, im Scheinwerferkegel ein kleines Wölkchen vor sich hingeblasen hat. Wenn ihm dann noch Ringe gelangen, nahm der Applaus kein Ende. Als Moïse Chevalier einmal ins Theater der Wien kam und das sah, war er davon so begeistert, dass er es in Paris kopiert hat, weil ein auf der Bühne singender und dabei rauchender Sänger eben was ganz Neues war. Und mein Vater war eben immer für was Neues zu haben.